Musik Hallo und herzlich willkommen hier am Frankfurter Lorberg in der Hundeschule von Sina und Frank. Wir zeigen euch heute, dass Lernen Spaß machen kann auch in der Schule. Es ist sehr vielseitig, ein großes Spektrum von Spiel, Spaß, Bewegung und Gehorsam. Alles weitere erklärt euch die Sina. Wir möchten den Besitzern helfen, ihren perfekten Familienhund für ihre individuelle Familienkonstellation zu bekommen. Dabei berücksichtigen wir die Bedürfnisse von Mensch und Tier und arbeiten deshalb auch bereits ab Welpenalter in unserer Welpengruppe rassesspezifisch und schauen genau, welcher Hund, welcher Charakter braucht was, um ausgeglichen und entspannt und ruhig und glücklich zu sein. Wir greifen dabei auch sehr gerne auf unseren großen Erfahrungsschatz aus der Rudelhaltung zurück. Unsere Möglichkeit am Lorberg bereits Welpen und Junghunde zu betreuen und zu sozialisieren, schafft unheimlich viel Entspannung im Umgang mit Artgenossen. Durch unsere Kombination aus Einzelstunden, Gruppenstunden und Betreuung hier am Lorberg in Frankfurt sind die perfekten Weichen gestellt für euren Hund, den ihr euch wünscht. An Spaß und Auslastung mangelt es selbstverständlich nicht. Ich bin natürlich auch nach dem Paragraf 11 Tierschutzgesetz zertifiziert und geprüft. Wir von Franks und Sinas Hundetraining freuen uns über euren Besuch bei uns in der Hundeschule am Lorberg. Weiteres wie Trainingstermine, spezielle Wünsche oder Trainingsanfragen könnt ihr uns per E-Mail oder auf unserer Webseite stellen unter www.franz-hundetraining.de Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao. Macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020